so herzlich willkommen zurück wir sind immer noch zu dritt und wieder voll der extrem fail ich kann mir die vektor kaufen ich habe 1052 dollar und die vektor kostet 1050 ich habe noch zwei dollar das reicht für ein eis ich bin gerade weg jetzt probiere ich noch mal plan b erst weg nein kann doch nicht weg sein er ist weg alter die haben mich gerade gekillt weil zwei solche typen mit spaß auf mich losgegangen ja ich auch gerade komm nur runter du wirst es bereuen ich bin ich hoffe ich schaffe das nicht nur die haben mich gekriegt aber ich bin mit dem schönen salto gestorben und augegen auf dem gesicht genannt wir haben nicht zuerst aber dann aufs gesicht jetzt habe ich mir gebrochen nase jungen die machen 90 der menschen mit ein geht weißt du das ist ganz bescheuert was moin sollte das heißen moin es würde sich aber an wie chili chili ja oder timi ja oh mensch alter oder wie timi aber jetzt sitze ich ganz gemütlich in der ecke will jemand zu mir kommen ich sitze auf einer kiste in diesem zug da auf einer kiste meine ich nein ich bin schon ausgefragt da kann ich nicht mehr hin oh man okay warte irgendwie habe ich gerade was falsch gemacht der war der war so schlecht sag mal jetzt ja ich weiß irgendjemand zieht ja ganz zufällig die schwimmungen runter wer könnte das wohl sein ja weiß ich auch nicht also ich auch nicht ich nicht das würde ich nicht tun also meine zuschauer werden allerhöchstens sauer weil ich hier die ganze zeit sterbe heute steht 9 zu 12 ich sollte mich langsam mal am riemen reißen oha und nicht die ganze zeit ja drauf gehen oh äh wuch äh äh jochens äh skype ist abgeschmiert ernsthaft ach das erinnert mich an euer let's play ja ich mag eine andere musik machen wieso kann ich das gerade nicht komisch toll jetzt ruft er an mein handy bimmelt hier was gibt's nicht warte warte ich geh mal kurz skype warte ähm ja oh oh das sind zu viele puh grad noch so geschafft Kollege ich komm dir zu Hilfe boah noch da n warte das gibt's nicht so warte er hat mir schreibt doch klar glaube ich gerade auch irgendwas ähm aber ich bin glaube ich noch oft beschäftigt deshalb wir mach ich jetzt auch mal grad warte ja halt machen wir ohne ihn weiter oh der arme 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 halt ich will die xp für den kill haben los komm schon oh jetzt ist er gestorben und ich muss das jetzt hier allein aus baden na so hoffentlich geht er jetzt dran habt ihr nochmal angreifen der bengel dieser böse böse bengel und jetzt steht es 18 zu 18 na super wer jetzt die nächsten zwei leute killt der hat gewonnen so jetzt kommt einer von hinten natürlich natürlich ja alter der ruft schon wieder auf mein handy das gibt's nicht will der mich verarschen und ich habe keine ahnung was ich jetzt machen soll ich mache einfach jetzt noch einen mit mit nein 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 wir wollen noch in der Kampagne weiterkommen ich mache jetzt erstmal Double Agent aber sonst gab es wieder abgeschmiert ist das was neues naja Aua die sind so stark das war fast wie eine Renegade Tracing mit technischen Problemen irgendwie ne in der Schwierigkeiten kleinere technische Schwierigkeiten ach Autor Schwierigkeiten da merkt man wenigstens dass du meine Witz Place verfolgst ja mehr oder weniger war es ein Geständnis nein Aua ich bin gestorben na ha 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 und es ist ja auch gestorben von meiner Boshaftigkeit ne da will man besser hier ne ja was für ein Thema haben wir denn jetzt keine Ahnung ich hatte ja schon Thema aber das wollte die ja alle nicht echt wieso wollten wir das nicht ja aber Glauben und Legenden ach so ja naja ich meine mich interessiert es jetzt nicht so aber genau also ich also naja mehr oder weniger kommt drauf an was ne also manche Leute glauben ja auch Hitler hat sich auf dem Mond versteckt oder so weißt du das ja auch das ist doch ja klar aber ich glaube das muss man jetzt nicht weitaus diskutieren oder also ne aberglaubende abergläubische sind eh meistens so eine Sorte von Menschen also ich will jetzt nicht die alle sprechen die ja standhaft sind und ja sich nicht von ihrem Glauben in Anführungsstrichen ab bringen lassen also wo ich will wieder eine Sniper nur mit der Wektor um zu rennen und den Betten ist total für ein schwarzen ja ich vergesse es die ganze Zeit reinzumachen und aus dem ja ist jetzt auch nicht so gut aber das war ein Headshot ich muss den Blatt für mich das Spitz was ich witzig findet die ganz mit dem Messer oder so auch ein Headshot geben so du hast mich vorn umgebracht jetzt bringe ich dich um hart gewonnen ach so stimmt ja ich hab grad die Dachsverplant B und hier endlich geworden auch mal ja ich bin tot ja ne irgendwie ziemlich dumm von mir jetzt die ganze Zeit hier so einem Irrglauben so einem Aberglauben aufzusitzen also ich hätte eben 300 Leben ne und dann ging einer die nur noch zehn so ja ich glaubt ähm der kommt nicht mehr ne was meinst du ich habe keine Ahnung lassen wir ihn ja offen zu kommen oder zu gehen ja so ich nehm jetzt die alte Sniper dieses hässliche ach ne das Barrett habe ich ja schon nicht mehr wo man das Barrett nicht mehr nein defied das gibt's nicht nein nein ich hab schon eine bessere Waffe meine ich Borsch das ist mir gerade eingefallen das Spätten dieses Ultra und dieses Ding ach so ja oh nein ey ich hatte 20 Kilometer und bin ich abgekackt alter das gibt's nicht moin oh auch endlich mal da ja irgendwie ich hab Skype abgeschmiert ja das wissen wir auch ach echt mein Handy bimmelt hier die ganze Zeit wegen dir wieso ja weil ich da auch mit Skype angemeldet bin oh naja ha 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 aua jetzt bin ich das erste Mal gestorben immerhin immerhin das steht 6 zu 1 ich hätte wirklich mit dem Sniper durchgehen sollen und danach habe ich eine ultra geile Sniper freigeschalten yeah freue ich mich schon brauche du hast mein kollegen umgebracht ich hatte gerade ja und dann kommt dieser scheiß löffel keine ahnung butter messer hier ist voll die werbung im level steht armor games so ein riesiges plakat ist ja auch gar nicht von armor games oder so jetzt jetzt auch noch werbung machen ja wieso wieso unsere schleichwerbung immer für schleich wie ihre schleichwerbung für schleich gemacht haben wir wollen keine schleichwerbung weil schleichwerbung ist blöd aber schleich möglich aber das steht doch auch am anfang von dem spiel wenn man das aufnimmt kommt alle bei schleich ja sie ist so naja naja und die verdienen damit kein geld also ich meine stimme auch wieder jetzt ist es dann eine gewisse vorgelesen alter haben hier so bin ich nett nie die kräfte vorlesen ich hab doch nein ich weinte dich jochen haben wir das gerade gesagt noch nie werde vorgelesen ich hab die doch nur vorgelesen so dass er sagte nur vorgelesen nicht nie gelesen dass er das will verstanden so ein bisschen kleines kleines bisschen h guckt euch den da genau an die sniper habe ich dann auch ich will da jetzt auch ein bisschen laut ist äh ich meinte jochen ja das den eindruck habe ich auch wenn er mal was sagen würde ja er ist wirklich etwas laut also der balken meines aufnahmeprogramm schlägt zumindest komplett aus muss ich grad wieder runter kurbeln runterpumpen haha ich habe endlich gewonnen 20 zu 4 fünfmal gestorben zehnmal ja und der beste aus meinem team ist dreimal gestorben und nein das ist nicht der beste aber egal so besser so perfekt ich habe endlich on rails ist mein nächstes ziel ja ist es besser wie bitte mein laut steckt jetzt bist du jetzt bist du extrem leise ne ist so meine kopfhörer fliegen hier voll rum so so und jetzt besser ja auf jeden Fall also immer noch etwas leiser auf den Notfall geht es also auf der Aufnahme wird man dich dann kaum hören aber ja ist auch besser so nein natürlich nicht jeden Punkt ich mich jetzt wieder hoch stell dir mal leise in den Spaß er hat die Funktion fehlt mir bei Skype einzelne Leute lauter sie geht also leise zu stellen war der Typ hat Granatwerfer auch immer ein bisschen weiter das ist ein bisschen laut du bist echt wirklich laut ich zu leise sie ist nicht zu hören natürlich du brauchst ja nicht ein Ballnehmer ganz von links nach rechts zu schieben du kannst noch immer ein dann der halbieren dann stellt sich noch ein Strich in der Hunde er alle immer so 12 Prozent die Verstärkung weißt du und ich habe das höchste eben genommen und jetzt dann das zweiteste und das werden zu leise und da so geht es ist besser also zwei Flagen habe ich schon ja auf jeden Fall nein der Computer ist ich muss die ganze Zeit bei der Computer in das gibt es auch nicht Moral es hat der Typ hat so eine starken Knarre es steht schon 20 zu 2 ob man natürlich nicht ach so doch ein Moral es das ist nämlich Pech bei mir zum Glück ja auch nicht Amo Games überlastet ja das passiert einfach zu vieler Prozent bis zum Beispiel zwischen er hat so viele haben sich unsere Idee abgeschaut und so sei bei den gleichen Gäden ja naja auch überlegt darüber in der Spitze aber ich dachte nie das wäre richtig scheiße wenn ich das auch machen würde wieso du kannst als ich macht beispielsweise in der Letzten Reihen also beispielsweise Letzten Part 1 meint ja oft irgendwas und dann der Special Part 2 Streich wo es hier wo es irgendwas also irgendwas besonders halt immer in einer Reihe halt ich habe kein Wort verstanden aber halt nicht dasselbe Spiel also das Letzte ist doch jetzt aber ja sie ist natürlich aber die Zelle ist richtig scheiße wenn ich das auch machen würde könnte das vielleicht privat besprechen wieso wieso hast du Angst dass es mit Play versaut wird ja ja das war die meins aber ist ja Boah ganz knapp der hat gerade ganz knapp mich hier raus gerettet ja und ich bin Gott ganz knapp gestorben wenn er geht ich gehe die da ist ein Pelsmantel das ist ein Pelsmantel das ist der um den Pelsmantel kannst du dir einfach anziehen Auer Auer Bord der Amund seiner grünen Spaß hier der Künstler Prozent ja ho 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 denn hier ist lautlos und freut scheibe er ist auch ein n so ein kuschel so ein kuschel Gott kommt ja nicht mehr das ist noch gewinnen Roman eigentlich muss ich für eine englische Arbeit eigentlich muss ich für eine englische Arbeit lernen aber die wir morgen schreiben aber irgendwie klappt das ja super wir machen ja gleich Schluss also ich habe ich habe der kann eine lehrer was ist wenn die jetzt zu gucken die lehrer vor natürlich ist das weiß ja nicht wer hier alles auf youtube unterwegs ist der gute lehrer ich werde einer seiner lehrer verfolgt garantiert weil er in den nächsten kennen und so reißen natürlich der weiß gar nicht mehr alles über ein bisschen gar nix sicher sie sind da so sicher natürlich bin ich mir sicher na dann Victor E das heißt vielen Dank fürs Zuschauen Jochen kann jetzt leider nicht mit Schuss sagen aber bis zum nächsten Part ich lasse noch schnell das Outro hier laufen von diesem Video und ist zu mir okay tschüss 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 Vielen Dank.